Hallo zusammen. Zerstört das Handy den Kameramarkt? Ersetzt das Handy die Kameras? Ist die Spiegelreflexkamera tot? Ist die große Kamera tot? Solche Fragen werden mir ständig gestellt und ich und viele meiner Kollegen machen ja auch regelmäßig Videos dazu. Das letzte Video zu dem Thema ist glaube ich ungefähr ein Jahr alt. Zeit für ein Update. Ich habe das iPhone 12 Pro hier liegen und wir haben im Moment auch liegen als Leihgerät das Samsung Galaxy S20 Ultra, also die Topgeräte eigentlich von den beiden großen Herstellern. Also State of the Art habe ich mir angeschaut. Und als ich das gekauft habe jetzt vor ein paar Wochen kam natürlich sofort die Frage, ersetzt das inzwischen deine große Kamera? Und das ist die falsche Frage. Was die richtige Frage ist und wie die Antwort darauf ist, erfährst du in diesem Video. Ist auch ein gutes Thema für einen verregneten Sonntag. Es regnet für einen gemütlichen verregneten Adventssonntag. Und ich freue mich auf Kommentare. Schreib gerne in den Kommentar rein, wie das bei dir ist. Ersetzt das Handy inzwischen deine Kamera oder hast du halt noch eine Kamera und wenn die mal kaputt ist, wirst du keine neue kaufen? Weil du das Gefühl hast, das Handy ist inzwischen gut genug. Oder ist es bei dir nicht so? Und wenn ja, beziehungsweise nein, warum? Würde mich sehr interessieren. Ich fange mal mit der richtigeren Frage an. Weil die Frage ist doch, fotografierst du, weil es dir Spaß macht? Bist du ambitionierter Hobbyfotograf oder sogar Berufsfotograf? Und fotografierst du einfach, weil das deine Leidenschaft ist? Dann willst du wahrscheinlich einen Glassucher haben, weil das irgendwie einfach schöner ist als ein elektrischer Sucher. Dann willst du Knöpfe haben. Pass mal auf, das ist jetzt die Fuji X100T. Das macht Geräusche, wenn man da die, da hat er ganz viele Schalter und Hebel und so weiter. Das macht Geräusche, wenn man die benutzt. Und die haben eine Haptik, die haben Widerstand. Ich kann die Blende einstellen. Das macht Geräusche. Hier kann ich die Blende nicht einstellen. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, ich kann die Blende nicht einstellen. Der Vorteil ist, ich kann die Blende nicht einstellen. Das heißt, ich kann nicht einen falschen Wert einstellen. Die Kamera hier ist natürlich viel einfacher zu bedienen. Ich sehe das fertige Bild, ich kann sowieso kaum was einstellen. Also kann ich mich voll darauf konzentrieren, den Bildausschnitt zu finden. Das heißt, Einsteiger in der Fotografie, Gelegenheitsfotografen. Wenn man nur seine Kinder fotografieren will, nur Urlaubsfoto, mal schnell einmal, ich stehe vor dem Eiffelturm. Dann siehst du das fertige Bild. Du kannst eigentlich nichts falsch einstellen, weil die Software kümmert sich da drum. Und dann ist dein Bild wahrscheinlich besser hiermit, als hiermit. Weil hier stellst du es wahrscheinlich falsch ein und hier kannst du es nicht falsch einstellen. Wenn du aber ambitionierter Hobbyfotograf bist, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du der Meinung bist. Es macht tatsächlich Spaß zu verstehen, warum ein Dreißigstel nicht das gleiche ist wie ein Dreihundertstel. Und wann ein Dreißigstel besser ist und wann ein Dreihundertstel besser ist. Dann machst du hiermit wahrscheinlich bessere Fotos. Aber das dauert. Es ist nicht so, dass man das erste Mal so eine Kamera in die Hand nimmt und sofort macht man Topfotos. Das dauert. Und alles, was ich hier sage, ist jetzt Technik. Bildkomposition ist von der Technik und hat damit gar nichts zu tun. Dass du einen Blick für Fotografie findest, dass du einen Blick für Licht findest. Wenn ich mich so hinstelle, werde ich angeleuchtet. Meine Falten werden ausgefüllt. Ich habe weniger große Poren. Meine Haut sieht jünger aus. Ich stelle mich so rum, ist genau umgekehrt. Das Licht kommt von der Seite. Meine Falten sind stärker zu sehen. Und als Fotograf weiß ich sowas. Und ich drehe die Person. Ich sage, guck doch mal nach da rüber. Und schon sieht die Person zehn Jahre jünger aus. Oder fünf Jahre jünger aus. Oder ein bisschen ausgeschlafener aus. Und das hat mit der Technik gar nichts zu tun. Klammer zu. Zurück zur Technik. Die Kameras sind inzwischen sehr, sehr gut geworden. Vor allem wegen der Software. Jede neue Generation ist leistungsfähiger in der Rechenpower. Und kann dadurch bei der gleichen Linse bessere Sachen machen. Weil offensichtlich ist das Objektiv kleiner als das. Physik. Also Optik hat was mit Physik zu tun. Da kommt weniger Licht rein als hier. Logischerweise. Das heißt, ich habe einen kleinen Sensor und ich habe ein kleines Objektiv. Und die Software muss das kompensieren. Und je mehr Rechenleistung ich habe. Und je besser die Software ist. Desto besser kann das kompensiert werden. Deswegen werden die Handykameras immer besser. Weil eigentlich die Software immer besser ist. Beziehungsweise da immer mehr Power drin ist. Und das wird natürlich weitergehen. Und deswegen sind Effekte möglich. Die damit halt so ohne weiteres nicht möglich sind. Weil da nicht genug Rechenpower drin ist. Aber das kommt. Da kommen inzwischen auch immer mehr CPUs rein. Immer mehr Rechenpower. Immer mehr Speicher etc. Von so her wird das Ganze ein bisschen verschmelzen. So. Was heißt jetzt bessere Fotos? Wenn du dein Handy vor allem benutzt, um Gelegenheit Fotos zu machen. Deine Familie zu fotografieren. Urlaubsfotos etc. Habe ich gesagt. Schnappschüsse. Dann wirst du hiermit wahrscheinlich inzwischen bessere Fotos machen. Und die Bildqualität ist so gut, dass man das eigentlich auch nicht mehr sieht. Wenn du hier so ein Objektiv aufschließt oder ein Teleobjektiv anschließt an eine große Kamera, wirst du damit bessere Bilder machen. Deswegen, man kann es nicht sagen, richtig oder falsch oder besser oder schlechter. Ist ein Elektroauto besser als ein Benziner? Ja, nein. Ist dir der Sound von einem Auto wichtig? Ich überlege gerade mir ein Elektroauto zu kaufen, privat. Also als Familienauto. Und ich sage, so eine Audi e-tron, der wäre doch voll cool. Und meine Frau sagt, der hat doch keinen Sound. Und ich sage, ja und? Das ist ein Auto. Und sie sagt, ja eben. Und ich sage, ja, aber Autos Sound ist doch völlig egal. Und sie sagt, nein, das ist wichtig. Sie will einen dicken BMW haben. Und ich sage, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und sie sagt, aber der hat keinen Sound. Also, wir haben beide recht ein Stück weit. Weil ihr ist der Sound wichtig und mir nicht. Mein Auto soll sicher und effizient sein und mich einfach sicher von A nach B bringen. Und sie sagt, sie will Spaß haben. Und ich sage, Autofahren Spaß? Oxymoron. Und sie sagt, nein, Autofahren soll Spaß machen. Und beim Fotografieren ist genau das Gleiche, finde ich. Jetzt drucke ich so ein bisschen rum. Wie sieht denn das bei mir aus? Ich bin jetzt ja jemand, ich drucke tatsächlich ein Magazin. Da oben hängen die Covers vom Zielfotomagazin. Und über die letzten Jahre tauchen da immer öfter Handyfotos auf. Weil die Qualität so gut geworden ist, dass ich tatsächlich die Fotos auch in groß drucken kann. Und das wird immer mehr werden. Weil wenn ich ein Magazin mache, die schönsten Orte von Norddeutschland, und ich will zeigen, die Hamburger Speicherstadt ist schön, warum muss ich denn so eine Kamera nehmen? Die ist doch auch mit dem Handy schön. Und zwar eigentlich genauso schön. Und ob da jetzt nun Sonnensterne sind, weil das Objektiv besonders schöne Sonnensterne macht oder nicht, ändert ja nichts daran, dass die Speicherstadt schön ist. Also das verschmilzt immer mehr auch im professionellen Bereich. Beim Filmen genauso. Wir filmen immer mehr auch mit dem Handy. So kurze Sequenzen. Dieses Video könnte ich doch auch mit dem Handy filmen. Und ich filme da jetzt 6.000 Euro. Warum nehme ich nicht das Handy? Ist doch egal. Ist für dich als Betrachter egal. Du gibst ja dem Video keinen Daumen hoch. Also gibst hoffentlich einen Daumen hoch. Aber nicht, weil ich das mit großen Händen in einer großen Kamera filme, sondern weil ich was Interessantes erzähle. Der winkt mit dem Daumen. Oder? Also in vielen Fällen ist es einfach völlig egal. Ich will was Schönes zeigen und kann das irgendwie zeigen. Und manchmal möchte ich halt den Spaß damit haben. Jetzt die Frage für mich persönlich. Wie ist denn das bei mir? Ich habe halt das Handy immer in der Hosentasche. Das ist immer dabei. Wie oft nehme ich denn noch die große Kamera mit, wenn ich nicht beruflich unterwegs bin? Beruflich nehme ich die große Kamera mit. Aber privat? Also wenn ich mit meiner Tochter spazieren gehe, dann gehe ich, beziehungsweise jogge ich, weil sie auf dem Laufrad inzwischen sehr schnell ist. Das heißt, sie sprintet dann ein Stück mit dem Laufrad, dann bleibt sie stehen, sprintet wieder, bleibt stehen. Also macht Intervalltraining quasi. Und ich jogge halt nebenher. Und der wichtige Punkt ist doch, dann nehme ich nicht eine große Kamera mit. Und manchmal ärgere ich mich und denke, ach, das wäre cool, ich hätte die jetzt dabei. Praxisbeispiel. Letzte Woche waren wir unterwegs, hat geregnet, hat aufgehört zu regnen, wir sind losgegangen. Und da war so eine große Pfütze. Und sie dann mit ihrem Laufrad rein da. Gummistiefel an, Wasser läuft oben rein. Und sie steht da drin, blauer Himmel, Pfütze, ganz tolle Reflexion. Wirklich ein cooles Bild. Und ich stehe da und noch, nein, warum habe ich jetzt das Tele nicht dabei? Ich hätte so gerne die Sony mit dem Tele dabei gehabt. Und es wäre ein schöneres Foto gewesen für mich als Fotograf. Ich habe halt ja nur mit dem Handy Fotos gemacht. Und habe die Fotos dann natürlich Freunden gezeigt und meiner Schwiegereltern geschickt. Und alle fanden die Fotos toll. Und keiner, pass auf, halte ich fest, keiner hat mich gefragt, warum hast du nicht 70 Millimeter genommen? Oder warum hast du nicht Blende 2.8 genommen? Das ist doch allen egal, außer uns Fotografen. Wichtig zählt die witzige Szene. Das Kind steht da mit den vollen Gummistiefeln. Und jeder weiß, ja, Kinder und Pfützen, das ist ein Thema. Aber darum geht es, um die Momente, um die Emotionen. Und nur mir geht es darum, ich möchte gerne einen unscharfen Hintergrund haben. Also who cares? Also um die Frage zu beantworten, nein, ich nehme privat die Kameras immer weniger mit. Schon auch, wenn ich denke, heute gibt es was, nehme ich es mit. Aber immer weniger, weil das inzwischen so gut geworden ist, dass es für den privaten Brauch eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und wie gesagt, auch für den professionellen Bereich inzwischen häufig das Ganze ersetzen kann. Und machen wir uns das vor, häufig benutzt man ja auch Fotos einfach nur, um was zu dokumentieren. Wir haben vor zwei Jahren ein Haus gebaut und die Bauarbeiter liefen da ständig rum im Handy und haben Sachen dokumentiert. Und ich habe mir auch einen ganzen Haufen Handyfotos gekriegt, wo welche Leitungen sind und so weiter. Dafür muss doch keiner eine große Kamera nehmen, um mir zu zeigen, dass da irgendwie eine Leitung durchläuft. Das ist ja auch ein Einsatz von Fotografie im professionellen Bereich für die Dokumentation am Bau oder für andere Sachen. So, ich komme auf den Punkt. Zerstört das Handy den Kameramarkt? Ein Stück weit ist das bereits passiert im Sinne von, die Handys haben die ganz kleinen Kompaktkameras ersetzt, so die 100-Euro-Kameras. Die gibt es ja eigentlich quasi nicht mehr, weil die Handys inzwischen tatsächlich besser sind und einfacher zu bedienen und man hat es sowieso dabei. Für den professionellen Bereich wird es noch viele Jahre ein Thema bleiben mit den großen Kameras. Für die ambitionierten Hobbyfotografen wird das auch noch viele Jahre ein Thema bleiben, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Und weil es einen Sound hat. Beim Auto ist mir der Sound völlig egal. Bei der Kamera nicht. Das ist halt meine Leidenschaft. Und Autos nicht. Also deswegen, es wird ein bisschen verschmelzen, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ja noch, es wird häufig gesagt, weil die Handys immer besser sind, werden weniger große Kameras verkauft. Große Kameras verkauft. Und das stimmt nicht. Meine Meinung ist, das kann falsch sein, schreib mir gerne einen Kommentar, wie du das siehst. Meine Meinung ist, die großen Kameras sind einfach so gut geworden und die halten ja auch ein paar Jahre. Wer jetzt eine Canon 6D hat, warum soll der sich eine Canon R6 kaufen? Also quasi eine fünf Jahre alte Kamera und jetzt gibt es halt eine neue. Und die neue ist besser, unstrittig, aber die alte ist so gut, dass für den privaten Gebrauch, solange die noch heil ist, behalt die. Die macht sowieso mehr Spaß, weil sie weniger kann, weil sie einfacher zu bedienen ist. Kauf dir lieber ein gutes Objektiv, wenn du Geld über hast, dann hast du mehr davon. Und deswegen werden weniger Kameras verkauft, weil die einfach so gut sind. Ein Auto kaufe ich mir auch nur, mein Auto ist halt irgendwann ein bisschen alt und irgendwann kaufe ich halt ein neues oder ist abgeschrieben als Geschäftswagen und ich kaufe halt einen neuen und der Leasingvertrag läuft aus und ich nehme halt ein neues Auto. Aber ja nicht, weil ich mit dem alten plötzlich nicht mehr fahren kann. Oder bei einer Uhr. Ich kaufe mir ja nicht eine neue Uhr, also kaufe ich, weil es ein Schmuckstück ist meinetwegen, wenn es eine teure Uhr ist. Aber ja nicht, weil die neue irgendwie besser ist, sondern ich will halt mal eine neue Uhr haben, weil es ein Schmuckstück ist. Und das ist natürlich hier auch ein bisschen so. Ist ja auch ein Statussymbol. Beides. Das sind natürlich alles auch legitime Gründe, meinetwegen, wenn man das so sehen möchte. Aber der Punkt ist, es gibt kaum noch einen Grund, dir eine neue Kamera zu kaufen, wenn du eine gute Kamera gekauft hast in den letzten vier, fünf Jahren. Und deswegen werden weniger Kameras verkauft und nicht, weil die besser werden. Die ersetzen das nicht im Sinne von Spaßfaktor. So. Ich hoffe, das war ein bisschen nachvollziehbar. Ich hoffe, du hast eine Meinung dazu. Das muss nicht meine Meinung sein. Ich freue mich über Gegenmeinungen, über andere Meinungen. Und so oder so wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß. Jetzt in der dunklen Jahreszeit, wenn du das Spaß hast, dich damit auseinanderzusetzen. Und guck nicht so genau hin, weil der letzte Punkt, wenn ich hiermit jetzt, es ist dunkle Jahreszeit, ich mache zu Hause im Wohnzimmer ein Foto, es ist nachher ziemlich dunkel, dann gucke ich da ja im großen Rechner mir das an und zoome da rein und sehe dann das Rauschen und denke, verdammt, hätte ich doch eine Vollformat-Kamera genommen, dann hätte ich weniger Rauschen. Oder? Also ich nicht, aber viele machen das ja so. Wenn ich das mit dem Handy mache, dann gucke ich mir das nur auf dem kleinen Bildschirm an und schicke das meinen Freunden, die das auch auf dem kleinen Handy sehen und keiner sieht das Rauschen, weil wir das nicht auf dem großen anschauen. Ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und ja, die sind immer besser geworden. Ich kann damit Langzeitbelichtungen im Dunkeln machen und keiner sieht es. Oder man sieht es kaum noch. Das ist natürlich so. Praxisbeispiel, zeige ich noch schnell. Wir waren neulich in Hamburg und ich zeige mal diese beiden Fotos. Das eine ist mit dem Handy gemacht, freihand. Ich stehe da, eins, zwei, drei, vier, fünf und ich wackele ein ganz bisschen natürlich, aber die Software rechnet das raus. Und weil ich so lange belichte, kommt, obwohl es dunkel ist, sehr viel Licht rein. Ich habe einen kleinen Sensor drin, aber wenn der lange belichtet wird, sammelt der auch viel Licht ein. Und bei der großen Kamera, das war eine große Nikon mit einem teuren Objektiv, also da hatte ich, was kostet das, 4.500 Euro in der Hand, haben ein Stativ aufgebaut, haben mir Mühe gegeben, saubere Bildkomposition, Auslöser gemacht, mehrere Sekunden belichtet. Und das Bild ist nicht zwingend besser. Auch technisch nicht zwingend besser. Wenn ich sehr groß anschaue schon, aber auf einem kleinen Handy-Display wird es schwierig, die auseinanderzuhalten. So gut ist es inzwischen geworden. Und es wird jedes Jahr besser. Aber den Spaßfaktor und den Sound, ich kann die Blende einstellen. Beim Handy kann ich keine Blende einstellen. Ich kann die Blende einstellen. Hier nicht. Und wenn ich es könnte, würde das so klingen. Oder? Also ich freue mich auf viele Kommentare. Ich hoffe, das war amüsant. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das ist ein cooler Look, ne? Oder? Wie ist der Look von dem Bild? Das Problem ist ein bisschen, dadurch, dass wir so einen großen Raum haben, können wir das Licht nur bedingt kontrollieren. Das heißt, wenn ich früh morgens aufnehme, jetzt ist es Viertel vor acht, es wird langsam hell draußen. Solange es dunkel ist, kann ich hier das Licht halt voll kontrollieren und dann können wir solche coolen Looks machen. Da ist ein Licht, da ist ein Licht, da hätten sie die Hintergrundlichter und so weiter. Aber wenn es nachher hell ist, kann ich über uns ein Dachfenster, dass ich nicht richtig dunkel kriege und so. Also natürlich geht immer alles, aber es ist entsprechend aufwendig und ein bisschen schwieriger. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.